Die ETA in Zürich gilt als beste Hochschule Kontinentaleuropas. Darauf sind wir stolz. Die Hälfte ihrer Professorinnen und Professoren haben einen ausländischen Pass. La Suisse ha besoin de plus de Start-ups. Aujourd'hui, la moitié des Start-ups sont créés par des étrangères et des étrangers. Und die Hälfte aller Start-up Mitarbeitenden hat einen Schweizer Pass. Zum Beispiel, die Pharmaindustrie trägt entscheidend zur Wertschöpfung in der Schweiz bei. Sie beschäftigt weit über 40'000 Mitarbeitende, darunter Ingenieure, Pharmazeuten und Ärztinnen. 60% von ihnen haben keinen Schweizer Pass. Dank den bilateralen mit unseren europäischen Wirtschaftspartnern ist unser Wohlstand gestiegen. De près de 3 000 Francs par personne par an. Wir Schweizer sind weltoffen, auch privat. Jeder vierte Schweizer ist mit einer Ausländerin verheiratet. Und jede vierte Schweizerin mit einem Ausländer. Più d'un terzo della nostra Populazione residente a radici straniere. Und alle zusammen sind wir die Schweiz. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage. Tanti Aguri, die buone Feste. Je vous souhaite un joyeux Noël. And I will recoumini en attar, waltekal. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Nous поздравляem вас s'Rajdistvom et s'Novum Godam. Shélemme Vam, Sveitsvam Božic, l'Epa Nova Gordina. Shélemme Vam, schtiessne et vesele Vianochne Sviatki. Wir setzen uns auch im Jahr 2018 für eine starke, liberale Schweiz ein. Danke für Ihre Unterstützung. Machen Sie es gut und einen guten Rutsch.